Leipzig als Aufsteiger ist natürlich imponierend, wie sie spielen. Sie haben so einen ganz eigenen Spielstil. Hertha finde ich im letzten Jahr schon sehr stabil, dieses Jahr auch. Sie sind in der Spitzengruppe mit dabei. Sicherlich auch ein Verdienst vom Trainer, der das in den letzten Jahren hervorragend gemacht hat. Beide Mannschaften haben es verdient, dass sie so weit oben stehen und dass sie da so den Bayern ein bisschen auf den Fersen sind. Und ich denke schon, dass es auch ein interessantes Spiel wird, weil es auch ein bisschen die Weichen stellt vor Weihnachten. Wo geht die Richtung hin? Champions League vielleicht oder Richtung Europa League? Aber ich freue mich, dass beide Mannschaften so stabil und konstant sind.